Herzlich willkommen zurück zu Splatoon im Multiplayer. Ich habe vor, diese Woche komplett mit Splatoon auf 15 Uhr zu machen. Und mal gucken, ob es klappt. Ich hoffe, es klappt, dass wir diese ganze Woche mal Splatoon machen. Und nächste Woche machen wir was anderes. Also, dass sich das ein bisschen abwechselt. Und ja, diese Woche ist Splatoon dran. Und das Splatfest für den 01.01. steht schon wieder an. 2016 werde ich fit oder 2016 werde ich reich. Ich will reich werden. Und fit wäre auch ganz cool, aber das halte ich nicht durch. Also will ich reich werden. So, nehmen wir das. Und ja, wir spielen uns jetzt ein paar Runden rein im normalen Standardkampf. Und gucken. Mein Mikro ist gerade ein bisschen locker. Ich weiß nicht warum. Hallo, Mikrofon. Danke. So, Standardkampf. Ich habe noch die Airbrush vom Livestream ausgerüstet. Die behalten wir jetzt auch einfach. Zum warmen Werden immer ganz angenehm. Und dann versuchen wir vielleicht auch mal ein paar andere Waffen im Standardkampf. Also, wenn ich neue Waffen ausprobiere, werde ich die im Standardkampf natürlich ausprobieren. Und nicht im Rangkampf, weil sonst geht das alles schief. Und ich reg mich nur auf, dass ich Punkte verliere und wieder unter B falle. Das wäre nicht so cool. Und deswegen... Machen wir das dann so. Dekabahnstation. Alles klar. Zwei Roller im Team. Die Gegner auch. Fast das gleiche Setup, ne? Krass. Okay. Also von den Waffen her. So, einmal einfärben hier. Immer wenn der Vogel da losfliegt, denke ich, da ist schon ein Gegner. Aber das ist ja nur ein Vogel. So. Dann saugen wir jetzt mal hier ein bisschen ein. Können wir mit der Airbrush ja ganz gut. Ich habe auch eine, Freunde. Ich habe ihn getroffen. Oh, hinter mir. Geh weg. Ich habe ihn getroffen. Nice. Okay. Okay. Das war intens gerade. Muss mich mal kurz verstecken. Vielleicht mal was in die Mitte hauen. So. Oh, hinter mir. Oh, wo kam der denn her? Die machen uns gerade hart fertig. Das passt mir schon wieder nicht. Das ist schon wieder... Was ist los mit meinem Team? Das kann ja irgendwie nicht sein. Oh, habt ihr den Sprung gesehen? Der war ja traumhaft. Oh. Ich habe es so gut getroffen. So gut. Aber nein. Das Glück war mir nicht hold. Naja. So. Gehen wir jetzt schon nochmal schnell dahin, bevor der Dude wieder kommt. Weil das scheint immer der Gleiche zu sein. Der kommt nämlich mal hierhin und macht Stress. So. Ja, komm. Oh, der Roller-Dude. Macht mich gerade ein bisschen fertig. So schnell machen. Oh, Glück gehabt. Nein. Und der Roller. Ah, das ist so ein goldener... Ist das ein Carbon-Roller? Oder was ist das? Oder ist das so ein Gold-Roller? Dieser Goldene, der so eine krasse Reichweite hat. Oh, was? Uncool. Nein. So. Jetzt kannst du dir knicken mit deiner... Das ist auf jeden Fall so ein goldener Roller. Wo ist er? Ah. Intens. Aber wir haben verloren. Es war aber noch knapp gegen Ende. Also wir haben noch gut aufgeholt. Ah. Jetzt bin ich warm. Mann. Aber eine gute Runde für mich. An sich. So zum Einspielen. Der Roller-Typ war halt sehr gut. Okay. Müssen wir mal gucken. Bleib ich in der Runde? Wir spielen uns diese Folge einfach nur ein. Zum Einklang in die Splatoon-Woche. Machen wir einfach. Ne? Machen wir einfach. Und da ist die Lale. Die Lale ist eine verdammt gute Splatoon-Spielerin. Und ich hoffe, dass sie in mein Team kommt. Sonst habe ich verloren. Oh, bitte. Ich kann die mappen noch nicht. Also es wäre sehr gut, wenn ich Lale im Team hätte. Gott sei Dank. Sonst hätte ich echt... Alles klar. Lale wird dann mit dem Eimer unterwegs. Okay. So. Kann die Map, wie gesagt, nicht. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang gehen muss. Weil die Map habe ich kaum gespielt bisher. Kann ich da rüberspringen? Oh, das geht schief. Ich sag's ja. Ich habe dem... Squid zu viel zugetraut. Okay. Dann machen wir es halt anders. GTF. Ich mache die Schweinerei wieder weggelungen. Es kümmert euch um was anderes. War eh nicht viel. Der hat mich gut getroffen. Der hat, glaube ich, auf das Drehrad gezielt. Und das war uncool. Yes. Wenigstens beide mitgenommen. Beides meine Kills. Ich habe mich geopfert für Steam. So, jetzt gehen wir schnell hier drauf. Ja, so viel dazu. Da wollte er nicht springen. Ja, die Drehdinger machen mich ein bisschen fertig. Ach ja, die ganzen Graffitis von den Sweatfesten sind da jetzt wieder hier. Wo geht es hier lang? Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach alles Grüne weg. Das ist das Beste, was du machen kannst. So. Den habe ich zu spät gesehen. Den Kien. Zu spät gesehen. Ja, der macht den Echo Locator an. Ich komme da nicht drauf. Nicht so mit dem Schrunken, den ich sonst immer mache. Oh, eine Riesenmuschel. Cool. Habe ich noch nie gesehen hier. Also, ich bin ja, wie gesagt, auch selten auf der Map. Von daher. Ah, so kommt man da rüber. So kommt man hier rüber. Ja, dann machen wir das hier mal. Das ist schön. So, vielleicht kommt da jetzt einer. Ian, du musst auch schlagen mit dem Roller. Der kann den Roller noch nicht so gut. Es tut mir fast ein bisschen leid, gegen ihn zu kämpfen. Oh. Weil der Roller geht immer nur kaputt. So, da wollte er noch hauen. Hat das aber nicht geschafft. Gott. So, Lale. Komm, wir machen das jetzt. Kommt man da nicht hoch? Nee, keine Chance. Muss mal kurz weg hier. Kommt man denn da hoch? Wow. Krass. Da wollte er mich holen. Oh, da hat er mal geschlagen. Okay. Ah, das war aber der cool Dude und nicht der Kian. Der Kian schlägt nämlich nicht. Das habe ich schon analysiert. Aber die Runde gewinnen wir. Sehr schön. Du brauchst gar nicht hier runterschießen. So, die haben wir gut geholt. War eine schöne Runde. Guck dir das Massaker an. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Punkte ich gemacht habe davon. Wahrscheinlich gar nicht mal so viele. 949. 3-4. War ja nicht so gut, ne? Egal, Punkte. Wir leveln ein bisschen auch auf dann in der Woche. Das ist ganz schön. Vielleicht komme ich dann mal auf Level 30. Eine Runde machen wir noch. Vielleicht nochmal auf der Pina-Koi-Tek. Die gefällt mir ganz gut. Jetzt so beim zweiten Mal spielen. Wenn man sie so ein bisschen geschnallt hat. Beim ersten Mal spielen ist man ein bisschen überwältigt von der Map, was sich da alles dreht. Und die Lobbys sind heute schnell voll. Das mag an den Feiertagen liegen. Obwohl, es ist jetzt der 27.12., wo ich das alles aufnehmen werde. Und, naja. Oh nein, Lale ist im Gegner-Team. Lale, bitte habt Nachsicht mit mir. Ja, lol. Leo, ey. Guckt erstmal in den Himmel. Ah, Lale müssen wir aufpassen. Aber Lale hat den Eimer noch. Das heißt, die kann uns nicht ärgern mit ihrem Sniper-Gewehr. Das ist ganz angenehm. Weiß nicht, ob ich Leo trauen soll. Ob er das so gut hinkriegt alles hier. Oh, da ist einer gestorben. Das ist schon mal sehr schön. Nein! Ich hab ihn gesehen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass das ein Roller ist. Ich dachte, da schießt einer. Wenn das ein Schießener gewesen wäre, hätte ich den noch schön wieder umrunden können. Aber wenn er da lang rollt, hast du ja keine Chance. Ach, Mann. Ich hätte vielleicht springen sollen. Da ist eine Rakete. Und wir gehen wieder hier lang. Das erscheint ganz cool so. Das ist gerade relativ ausgeglichen. Das gefällt mir. Okay, die Gegner sind da, da, da und da. Ich scheine einen AFKler zu haben, irgendwie. Ah, ne, der kommt. Das ist Lale. Kommt die hier lang? Oh! Neut! Geh weg! Geh weg! Ah, da haben sie Schilder aktiviert. Nice! Einen haben wir geholt. Nice! Weg, 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 weg! Lale ist hinter mir. Oder ist das nicht Lale? Das ist einfach ein Roller-Typ. So. Oh Gott! Krieg! Oh, ich dachte, das wäre ein Feind, ey. Weißt du, um die Ecke gejumpt? Schnell weg hier. So, Lale gemacht. Einmal schießen. Oh! Intense Matches hier. Okay. So, Nächste. Geh mal wieder weg hier. Bin grad zu heiß. Komm! Scheiße! Nein, der kriegt mich. Okay. Aber wir haben gut gemacht. Also wir haben das Match gut geregelt, ey. Wir haben gewonnen. Oh! Oh! Krass! Vor allem sehr ordentlich. Also halbwegs ordentlich. What a match! What a match! Nice! 6-2! Besser als Lale. Ja. War eine gute Runde. War auch ein gutes Team. Ja, das war die erste Folge von Splatoon-Woche. Diese Woche also alle sieben Tage bis Sonntag Splatoon. Könnt ihr mal eine Bewertung dafür da lassen, wenn ihr es cool findet. Und im nächsten Part geht es dann natürlich weiter. Bis dahin. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020